Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Stadt Köln. Wir werden heute 100 Menschen fragen in Köln nach dem besten Döner. Redet ihr jemand anders zu prallen? Ja, können wir machen. Wetter spielt heute nicht ganz mit. Wetter spielt wirklich nicht ganz mit. Aber wir gehen raus, wir versuchen jeden zu fragen, den wir finden können. Gestern habe ich jemanden getroffen in der Stadt und habe ihn so gefragt nach dem besten Döner überhaupt und hat gesagt, in Köln gibt es nur schlechte Döner. Köln, gibt es bei euch nur schlechte Döner? Es gibt viele Döner, die sich draußen, aber ich weiß nicht welche. Weiß nicht welche. Einer meiner Lieblingskölner, einmal dein Lieblingsdöner. Ja, von Gott. Von mir, Urutsch. Ich muss sagen, mit dem ich Berliner Döner gegessen habe, ist in Köln eigentlich nichts so gut, aber wenn, ist eigentlich Mangal noch so in Ordnung. Ist halt einfach so ein bisschen die Macht, ne? Oh, hier gibt es lecker Wein. Muss ich einmal festhalten hier, welcher ist das? Für Adana. Adanaet. Adanaet. Mangal. Ich habe mir gedacht, ich frage die Polizei auch, ich mache das in jeder Stadt. Aus, aus des Döners? Äh, einmal Urutschkriebe aus. Ich brauche den besten Döner in Köln. Den besten Döner in Köln? Ja. Hast du eine richtigen gefragt, mein Lieber? Hab ich? Ich hoffe mal. Mangal ist gut. Was würdest du mir empfehlen? Welchen Döner? Mehmet. Ich empfehle dir, jemand anders zu fragen. Mangal, versuch's mal. Oh, Köln ist so einfach. Mein Lieblingsdöner in Köln ist Haus des Döners. Sind die aus Köln? Ne. Der Mangal ist ja der Poldi-Döner. Ja. Das kann man ja mal probieren. Mach ich. Wie heißt der nochmal? Kudret. Kudret. Sieht super aus. Mehmet. Tasty Döner. Da musst du auf jeden Fall hingehen. Da gibt es auch verschiedene Döner. Auch so ein Burger-Style und die sind beide geil. Die Taxifahrer müssten das ja eigentlich am besten wissen, oder? Der ist so ein bisschen so in dieser Ecke drin. Das ist der beste offiziell, oder was? Adanaed. Ja, ich glaube, der Adanaed. Wir sind doch da, wie der Ozan sagt. Wenn du mich fragst, wenn du hier reingehst, links. Wie heißt der? Der ist in diesem türkischen Supermarkt drin. Also da haben wir es auf jeden Fall. Lieferando hat Adanaed zum besten Döner Deutschlands gewählt. Deine Empfehlung war welche? Auch Adanaed. Ah, auch Adanaed. Herzlich willkommen in Köln-Mülheim. Keupstraße, ladies and gentlemen. Der beste Döner von Köln sagt man ja über Mevlana. Pablos Döner. Pablos Döner? Ja. Wo ist der? Hier auch? Hier in Mülheim. Hast du eine Empfehlung für mich? Danke. Hast du eine? Ja, ja. Welcher ist das? Bester Döner? Döner? Mevlana. Wenn man nur auf Fleisch geht, dann Mevlana. Mevlana? Gut recht. Gut recht? Äh, Mevlana. Mevlana? Ein schöner Döner in Köln, ja. Kommt man hier mit Tönerpisch weiter oder was? Als mit Deutsch. Wir sind wirklich in Istanbul. Ich muss dich integrieren, bro. Ich liebe Döner, der ist ein Bahnhof Gülheim. Ich habe praktisch eine erste Bülze. Ohne die Soße, nur das Fleisch mit dem Bülze, gehen Mevlana. Was sagst du? Döner muss ich essen. Ja, ist der beste? Ja, türkische Bütze, Akilip. Ja, der ist zuverlässig, oder? Solide. Aus des Döners. Der beste Döner. Dein Lieblingsdöner reicht auch, oder der beste Döner? Döner ist nicht so meins, aber Käferblatt ist, glaube ich. Neumarkt. Neumarkt? Lachs. Wie heißt der? Das weiß ich jetzt nicht. Grad frisch vom Friseur, gell? Ja, das ist dein Moment jetzt. Das ist mein Moment. Sana to go in Kalk ist auch Döner-Game. Das ist vielleicht echt gut. Brauchst du Döners? Hier, der ist das. Ist das der? Neva? Ja, das ist der. Neva ist auch gut, aber der ist super. Danke euch. Geil ist, glaube ich, immer der Beste. Früher hieß der Ali. Lieblingsdöner in Köln, der beste Döner? Kolbstraße, Neblaner, dem mittleren Spieß. Also, welchen Döner würdest du mir empfehlen? Würde Ali's Döner hier auf dem Ehrenfeld empfehlen. Ali's Döner gleich hier? Genau. Urutsch-Döner auf jeden Fall. Ja, oder Poldi-Döner. Es gibt einen Döner, der ist so nur mittwochs. Und der ist in der Lagerhalle, so man muss da reingehen und so. Der ist zwar klein, bestellt zwei, aber der ist mit der Beste, den ich hier gegessen habe. So Oldschool-Döner. Ich kann dir einen empfehlen, den haben wir letztens gegessen. Japprak, ne? Ein Japprak-Döner und ein Ayran für 5 Euro. Auch wenn ich traurigerweise als Wahlkölner sagen muss, dass es hier nicht die besten Döner gibt. Aber den kann ich dir sehr ans Herz legen. Herzlichen Willkommen vor Platz 3. Adana Ed mit neun Stimmen. Wir schauen uns das Ganze jetzt an. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr leckere Angelegenheit. Adana Ed soll offiziell der beste Döner in Köln sein oder in Deutschland. Bester Döner in Deutschland? Wir sind da. Salam Aleikum. Aleikum Salam. Wie geht's, Adana? Bote Alhamdulillah. Ihr seid der beste Döner in Deutschland? Beste Döner. Laut wem? Lieferando, gell? Lieferando. Da. Deutschlands besten Döner gibt's in Köln. Offiziell, das ist der beste Döner Deutschlands 2023. Ich bin der beste Körner. Ich bin hier. Welches Jahr? 2023 oder 2024? 23 Jahre alt. 23 Jahre alt? Ah, ich auch. Krass. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Größter Döner für 7,50 Euro mit Hansak. Brot fluffig. Viel Gemüse. Ich beiß mal hier rein, dann haben wir auch direkt Fleisch. Das Brot ist sehr geil. Kann ich direkt sagen, ich bin ein großer Fan von diesem eingelegten Traut. Und hier schmeckt es besonders gut. Das Fleisch ist mir ein bisschen zu weit hinten, aber wenn du Fleisch hast, hat keinen Flavor. Mh. Mh. Wer sagt, den Köln gibt keinen so schönen Döner? Ja, jeder Einzelne, den ich gefragt habe auf dieser Tour, der gesagt hat, es gibt keinen guten Döner hier. Schaut dieses Video, probiert diese Döner, die ihr jetzt gleich sehen werdet. Platz 2. Weiß ich noch nicht, wie geil der wird, aber Platz 1 bin ich mir sicher. Das ist schon wieder so ein Feeling, das ich habe, dass das ein Bänger sein wird. Vertraut Randy, vertraut Randy. Mh. Ist auch wieg, ne? Ja, ja, ja. Geil. Wie immer. Brot, schön knusprig und fluffig. Also, Fleisch hat super Röster rum. Gemüse, super frisch. Der Biss, super. Konstruktion, super. Leute, wie in Köln gibt es keine guten Döner. Der ist super. Das ist auch gut, dass ich hier einen Local dabei habe. Versteht ihr? Brot hat sich schön voll gesaugt mit dem Juice vom Fleisch. Schaut mal. Hier, das ist, das ist crunchy. Guck mal, wie voll der Laden ist. Ein stinknormaler Mittwoch. Guck dir mal den Betrieb hier an. Super, würde Arda sagen. Wir sehen uns bei Spot Nummer 2 mit dem Namen Mangal Döner. Ladies and Gentlemen, diese ganze Straße gehört auf Mangal. Es gibt Mangal Gemüsekebab, Mangal Baklava, Mangal Burger, Mangal Döner. Das ist die Mangal Straße. Vorne auch noch Lama-Jun. Auch Mangal? Auch Mangal. Haben die auch Mangal Pizzeria noch? Nein. Das nicht. Wie geht's? Wie steht's? Sehr gut. Ich will nur mal eine Sache sagen, bevor wir den essen gehen. An alle Leute, die gesagt haben, hier gibt's keinen guten Döner und so. Geht mal zu Platz 3, den ich euch bis jetzt genannt habe, okay? Platz 3 und probiert diesen Döner. Wenn ihr danach immer noch sagt, in Köln gibt's keinen Döner, hab ich keine Ahnung von Döner. Salam Aleikum. Wie geht's? Alles klar. Ja? Alles gut geht. Wir sind heute hier, um deinen Döner zu probieren. Ja, gut schön. Ja? Wir haben 100 Menschen gefragt. Ja. Und 14 Leute davon, oder 15, haben gesagt, ihr habt den besten Döner. Wirklich? Ja. Vielen Dank. Berreut mich sehr. Was ist das Hackfleisch-Spieß? Ja, Hackfleisch-Spieß, ja. Ist das gemischt? Lamm und, oder was ist das für Fleisch? Nur Kalb. Nur Kalb? Dann hätten wir gerne einen Döner. Alles klar. So wie er sein muss. Bitteschön, lass sie schmecken, ja? Tschüss. Ciao. Jetzt, der ist für mich, ja? Ich werde das jetzt auch in den Folgen immer so machen. Wenn ich irgendwo in einer Filiale einen Döner geschenkt bekomme und ich hab in einer anderen Filiale einen Döner geschenkt bekommen, werden wir einen Döner an jemanden verteilt. Ah, wo soll's gehen wir hier essen? Guter Mann. Willst du noch was trinken oder so? Ein Wasser, irgendwas? Wir haben Mangal-Döner. Es ist, ich weiß nicht, ob ich den schon mal gegessen habe. Ich hab beim Mangal, macht ihr auch Falafel-Sandwich manchmal, gell? Ja, wir haben ja auch das. Ja, ich hab nur Falafel-Sandwich bis jetzt gegessen. Das hat mir schon sehr gut geschmeckt. Ich weiß, dass Mangal bei den Kölnern öfters manchmal so ein bisschen unbeliebter ist, weil es halt eine große Kette ist und es gibt viele. Was aber nicht immer heißen muss, dass er schlecht ist. Platz zwei ist auf jeden Fall bei uns Mangal. Wir haben Fleisch oben. Sieht der, macht ihr immer noch Fleisch oben extra drauf? Ja, immer. Nicht wegen YouTuber-Bonus. Immer. Okay. Also einmal eine Cocktailsoße, einmal eine Kräutersoße, Rotkraut, Weißkraut eingelegte, Zwiebeln, Gurken, Tomaten. Soße oben, sag ich ehrlich, Soße oben eigentlich muss nicht, weil das sorgt dafür, dass immer Sauerei ist. Für mich gehört die Soße immer nur ins Brot reingeschwitzt, aber wir probieren. Das ist easy erklärt. Das Fleisch, jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Platz drei, hat schon weniger Geschmack. Der Döner an sich schmeckt frisch, das Brot ist sauf. Das ist ein cleaner Döner, kann aber mit Platz drei für mich jetzt nicht mithalten. Das muss ich ehrlich sagen. Da fliegt ein bisschen Döze. Fleisch ist okay, aber hält mich nicht vom Hock. Ich habe aber noch einen anderen Döner gegessen, den werdet ihr nach dem Outro sehen, der auch gut marschiert ist. Das Brot, dass das so soft ist, finde ich geil. Das gibt mir ein bisschen diese Oldschool-Viles. Danke. Danke euch, Männer. Köln ist so freundlich. Da fehlt ein bisschen Säure. Probier mal, Bruder. Und das ist auch wieder das Ding, 7,50 Euro. Geschenk von Podolski. Podolski, danke, Bruder. Wo ist der Wauken? Hat der gerade gebracht, oder? Ah, er ist hinten. Okay, perfekt. Fleisch, Fleisch. Ja, das ist halt ein klassischer NRW-Döner. Das ist es, es gibt einen Unterschied zwischen NRW-Döner, Berliner Döner, Wiener Döner, Bayern Döner. So muss ein NRW-Döner schmecken. Ja, der ist so, wenn du nachts um, keine Ahnung, 11 Uhr irgendwie Hunger hast, mit den Jungs vorbeikommst, dann, man wird satt, es schmeckt, keine Frage, aber... Aber der andere hatte schon ein bisschen mehr Power. Geh, da war einfach der Kick, du hast Bock, den Boom, Boom, Boom wegzuessen. Der erfüllt mehr den Zweck so. Im Großen und Ganzen haben die anderen schon besser abgeschnitten, muss man sagen. Der eine andere, den anderen haben wir noch nicht vergessen. Er hat gerade gebracht, hast du ihn gesehen? Ja. Ich habe ihn leider verpasst. Der kam live aus Dings, vom Kran aus hier. Iron schmeckt sauber, muss man sagen. Ja? Auf jeden Fall. Ich mag den ein bisschen dickflüssiger, so im Großen und Ganzen. Aber wir sehen uns bei Spot Nummer 3. Der Song hat einfach immer Druck. In Cologne. So, Ladies and Gentlemen, Platz Nummer 2, Mevlana. Zahlreiche Empfehlungen. Wir schauen rein, holen uns Döner. Ich glaube, das ist so. Alte Schule, guter Döner. Ich glaube, bei denen kann man nicht mit Karte bezahlen, gell? Ja, schon. Hast du Bargeld? Ja. Ich gebe dir dann wieder. Kann man nur mit Bargeld zahlen? Ja, auf jeden Fall. Ein sehr, sehr großes Restaurant. Man hat nicht das Gefühl, man ist in Köln, muss ich sagen. Sieht super aus. Zwei riesige Spieße, ein Hackfleischspieß, ein Rinderspieß, ein Hähnchenspieß, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Oder was ist das? Rechts auf jeden Fall Hackfleisch. Das ist Hackfleisch. Das da? Das muss ja Hack sein. Halt bitte, ich kippe, das rutschen. Ich will auf jeden Fall mit dem Fleisch. Ist das Kalb? Das ist Kalb. Ja, das ist Kalb. Nein, Kalb haben wir mit. Ah, okay, das will ich. Das will ich. Beide Karten haben, wenn du mich einmal anklassst und nicht schreien. Ich will so. Ich schneide einfach noch mit Messer. Den ganzen Spiel schneidest du mit Messer runter? Ja. Ich mache das für euch. Ich bin YouTube. Wie YouTube. Ich bin YouTube. Ja, schmecken lassen, ja? Ja, mir auch. Danke. Ich will auf jeden Fall hier draußen essen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr berühmte Straße. Keupstraße. Ihr habt, glaube ich, gerade den Vibe auch gemerkt. Das waren auf jeden Fall die größten Spieße, die ich gesehen habe. Wir haben hier diese zwei Döner in der Hand. Fühlen sich sehr oldschool an mit diesem weichen Brot. Wir suchen uns jetzt nur ein nettes Plätzchen, wo wir die essen können. Das ist eigentlich der bekannteste hier. Bükaran-Doi-Doi. Das ist ja größte hier auch. Okay, okay. Ich habe den Namen vergessen. Mevlana. Mevlana. Das ist auf jeden Fall das softeste Brot, das ich je hatte. Wie ihr auch das Fleisch da draufgelegt habt, hat mir sehr gefallen. Das sieht schon fast aus wie ein Döner-Sandwich. So stellt man sich einen Döner vor, so classic. Brot super soft, Fleisch super clean. Der gibt mir so ein bisschen Vibes, dass es so der klassischste Döner ist, den du kriegen kannst in Köln. So würde ich das sagen, auch wenn ich erst fünf Döner vielleicht in Köln gegessen habe. Der erinnert mich so immer so an meine Kindheit. Weißt du, wo ich früher mit Mama und Papa hier essen war, der Geschmack ist einfach gleich seit 1990 gleich. In München gibt es einen ähnlichen Döner, der heißt Verdi. Da ist so ein Supermarkt drin. Das ist ein ähnliches Ding. Das ist einfach diese klassische Joghurtsoße und alles rein. Du schmeckst alles einzeln sehr gut. Das Fleisch hat auch sehr, sehr viel Power. Und Köln sagt, die haben keine guten Döner. Mehr Gewürz und so, der schmeckt sehr klassisch. Aber der ist ja auch übel lecker. Der ist gut, echt. Aber das Problem ist so, diese neue Generation, die steht nicht auf dem. Ich weiß, sie sind es gewohnt mit verschiedenen Soßen und Niesen. Ja, das ist oldschool. Aber schmeckt unfassbar lecker. Ist ja die Tomate einfach so eine dicke Scheibe, die einfach reingelegt wurde. Das könnte auch ein Döner sein, den man so zu Hause macht, selber. Weißt du, was ich meine? Ja. Und so schmeckt er. Zwiebeln geil. Weil, also, ich finde, das Fleisch ist auf jeden Fall, was mir beim Döner immer am wichtigsten ist, dass du das Fleisch am stärksten schmeckst. Das ist auf jeden Fall der Fall. Und der Rest harmoniert alles top. Ich kann nicht sagen über den Döner. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, der müde ist. Also, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Der schmeckt mir auf jeden Fall. Du kannst hier, egal um welche Uhrzeit kommen, du hast immer denselben Döner gefällt. Ich finde den sogar ein bisschen besser. Der schmeckt ein bisschen klassischer, traditioneller. Das ist ein traditioneller Döner. Wer den noch nicht probiert hat in Köln und sagt, dass es keine guten Döner in Köln gibt, einfach mal den Mund halten. Aber genau deswegen drehen wir hier dieses Format. Ja, und viele würden sagen, der ist zu brotig. Das ist schon heftig viel Brot, aber das Fleisch schmeckt, man. Einfach mal den Mund halten. Für mich auf Platz 3. Ihr werdet den Platz 3, den offiziellen Platz 3, werdet ihr nach dem Auto sehen. Aber für mich Platz 3 von den 3, die Top 3 waren, von den 100 Leuten, die ich gefragt habe, ist ganz klar Mangal. Und da fehlt auch noch, da ist ein kleiner Abstand auf jeden Fall, zu Platz 2. Platz 2, klassisch, perfekt umgesetzter Döner in meinen Augen. So oldschool, softes Brot. Mevlana. Boah, nee. Schau, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht. Doch, Platz 2 Mevlana. Doch, Platz 2 Mevlana. Und Platz 1 Adanaet. Obwohl ich sagen muss, dass das Fleisch ein bisschen geiler sogar geschmeckt hat bei Mevlana. Aber der gesamte Döner an sich war ein bisschen besser. Und da rede ich minimaler Unterschied. Adanaet. Das ist meine Rangliste für euch. Letzten Worte hast du, mein Bruder. Ja, im Gesamtpaket. Meiner Meinung nach auch, wie von Anfang an gesagt, Adanaet ist meiner Meinung nach der Beste hier. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich habe gesehen, es haben über 60, 50, 70 Prozent, ich weiß nicht genau, auch den Kanal noch nicht abonniert. Das heißt, ihr könntet gerne ein Abo da lassen, aber es kostet gar nichts. Kurz geht raus an jeden Einzelnen. Danke für den Support. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch eine Empfehlung von diesem Mann hier. Ja, und ich sage auch warum. Also hier, guck mal, da vorne ist so eine ganz große Bahn in Köln, da chillt man viel. Hier ist ein Club, belgisches Viertel, generell viel los immer. Und ich schwöre auf einen Hotel, ich habe noch nie erlebt, dass die Jungs nicht parat waren. Okay. Egal um welche Uhrzeit. Und ich glaube jetzt so Brot auch selbst gebacken und so, aber es ist eigentlich egal. So dann um die Uhrzeit manchmal auch. Aber die Jungs sind immer parat. Und er ist der Chef. Grüß dich, Chef. Wie geht's euch? Gut geht's mir. Wie geht's dir? Alles gut. Alles gut? Ich habe gehört, du machst leckeren Döner, ja? Wir probieren jetzt mal. Was ist der Call? Ich will einfach den Klassiker nehmen. All right. Ich weiß nicht, ob du isst lieber mit Kalb oder mit Hähnchen. Boah, Kalbfleisch ist schon geil. Ja, hol dir. Aber du musst es denn dann hier so abends, freitags, samstags immer komplett voll. Dann haben die immer einen, der hier rum so schreit, ein Döner, ein Falafel, ein Halloumi. Okay, okay, okay. Dann werden die hier rausgepeffert. Okay. Dann will ich auf jeden Fall einen mit Kalbfleisch. Und ich will ihn so, wie er am besten schmeckt. Mit allem, oder? Lass es mir. Du machst es einfach. Schau mal, das hier. Sieht super aus. Sieht super aus. Lecker ist er auch. Lecker ist er auch. Döner Nummer drei. Oder besser gesagt, boah, ey. Ich würde sogar gerade in das Klima-Kamera finden. Ich wollte gerade fragen. Wenn es jetzt so vier und nachts ist oder so, dann kriegst du einfach so was. Aber wenn du so jetzt so mittags hier ein Essen gehst, dann würde ich sagen, dass... Sieht solide aus, oder? Das Brot ist auch, muss ich ehrlich sagen, das ist crunchy. Ich habe noch nie so ein knuspriges Brot gehabt. Ich weiß nicht, ich glaube, die backen das selbst. Ich habe es gerade gesehen, Bro. Er hat gerade seine Technik da gemacht, Bro, ey. Okay, ich freue mich auf den ersten Biss. Ich habe mich komplett versaut. Aber ich kann nach dem ersten Biss sagen, man kann nicht viel haten an dem Döner. Ehrlich nicht. Der ist wirklich unhatbar, ja. Es ist jetzt nicht so wie Ferhat oder so, ne? Nee, Bro. Aber es ist auch nicht der Anspruch. Genau. Also ich finde den, also ich, ich habe schon mal gehört, dass Leute sagen, man kann den nur so nach dem Feiern essen. Ich finde, man kann den auch sehr straight mittags essen. Der ist für nach dem Feiern, ist der ein bisschen zu lecker. Ja, ja. Weil du checkst ja gar nicht mehr. Du weißt selber, wen, was für den Modus du in diesen Döner beißt. Brot ist geil. Ist ein bisschen knuspriger als normal. Käse hat er auch nur dezent rein. Finde ich geil. Scharf kick. Salat, Zwiebeln, alles on point. Schön frisch, kühl. Fleisch hat Power. Können wir sagen, ihr habt keinen guten Döner hier? Eigentlich NRW-Döner unterscheidet sich halt von so Berlin-Döner schon heftig. Aber ich sage ehrlich, ich feiere NRW-Döner eh mehr. Weißt du, was die meisten Leute gesagt haben? Wir haben gesagt, Bro, seit ich in Berlin Döner gegessen habe, mag ich die hier nicht mehr. Und das check ich. Isst halt den Döner, den du hier hast und genießt den. Und in Berlin isst du den, den du da hast. Die Leute denken auch bei Ferhat, das dreht dir die Zunge zehnmal um. Nein, du hast einfach geiles Fleisch und frisches Gemüse und geiles Brot. Der liegt auch gut in der Hand. Der macht auch Spaß. Jetzt sei ehrlich. Das ist ein solides Ding. Super, das ich sage. Jeder, der da reinbeißt, wird glücklich sein. Solide. Top. Also am Ende des Tages hat er den Döner so belegt, wie es sich gehört, wo es im ersten Biss Fleisch und Gemüse gab. Ich kann ein paar Servietten noch haben. Hab ich sehr lecker. Ehrlich, super. Seit wann gibt es euch? Zehn Jahre. Zehn Jahre? Okay. Woher seid ihr aus der Türkei? Ich war in Gaziantep, ja. Also für mich das beste Essen in der Türkei. Und ich war jetzt schon dreimal dort. Ich fliege in zwei Monaten, fliege ich wieder. Einer meiner besten Freunde lebt dort, ja. Gaziantep, sehr schön. Also kurzes Fazit von mir jetzt nochmal. Brot hält super zusammen, ja. Der Döner, an dem esse ich jetzt auch schon ein paar Minuten. Wir haben hier auch mal geswitcht. Dass das Brot so geil knusprig ist und innen trotzdem soft, finde ich sehr, sehr nice. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Döner deutlich schlechter erwartet, als er ist. Weil viele gesagt haben, ja, so in Köln gibt es keinen guten Döner und so.